Musik Irgendwie bin ich mit dem Geschmack heute nicht richtig zufrieden. Kein Wunder, alles voller Klümpchen. Und da lässt sich Espresso nicht gleichmäßig extragieren. Das wäre doch was für unsere 120 zukünftigen Baristas im Konstruktionsentwurf. Wir brauchen dringend das DHBW WDT TDO. Das ist das WDT TDO. Das ist das WDT TDO. Das ist das WDT TDO.